Geduld, Kraft des Herzens von Ursula Flückiger Sich auf die Erfahrung einlassen Ich möchte mit einem Zitat von Bertolt Brecht beginnen. Der Radwechsel Ich sitze am Straßenhang. Der Fahrer wechselt das Rad. Ich bin nicht gern, wo ich herkomme. Ich bin nicht gern, wo ich hinfahre. Warum sehe ich den Radwechsel mit Ungeduld? Egal was wir lernen wollen, ob eine Sprache oder Handfertigkeit, ob Vipassana oder Mahamudra oder eine andere Meditationspraxis, wir brauchen sie, die Geduld. Unspektakulär und doch so essentiell. Der Buddha soll gesagt haben, am Ende des Weges ist die Freiheit. Bis dahin Geduld. Oder ein anderes Zitat. Der Weg zur Freiheit ist mit Geduld gepflastert. Angesichts dieser Aussagen möchte ich die befreiende Qualität der Geduld, Parami oder Paramita, etwas näher betrachten. Durch unsere Praxis schaffen wir ein inneres Klima, eine Matrix, in der sich die inneren Schleier auflösen und die Natur des Geistes wie ein Juwel leuchten kann. Eine dieser förderlichen Qualitäten, aus der diese Matrix besteht, ist Geduld. In ihr sind viele andere wunderbare Geistes- und Herzensqualitäten enthalten. Weisheit, Zuversicht, Liebe, Hingabe, Mitgefühl, Demut, Entsagung, Abkehr von leidbringendem Verhalten, Vertrauen und anderes mehr. Geduld oder ihr Gegenteil, die Ungeduld, sind fast ständig ein Thema in unserem Leben. Wir leben immer wieder in einer Spannung, wenn unsere bewussten und unbewussten Vorstellungen, wie das Leben sein sollte, wie wir sein sollten, wie die Meditation sein sollte, mit der Wirklichkeit konfrontiert werden, wenn das, wie es sein sollte, auf das, wie es ist, prallt. An diesem Punkt entsteht ein großer Teil unseres Leidens in Form von Frustration, Verzweiflung, Schuldgefühlen oder Anklage, Depression, Ruhelosigkeit und Ungeduld. Geduld hilft, das manchmal Unerträgliche erträglich zu machen. Oft assoziieren wir Geduld mit Warten. Geduld heißt jedoch nicht, die Zähne zusammenbeißen und warten, bis das Unangenehme vorbei ist. Geduld heißt Entspannung. Verloren in der Hoffnung, dass eine andere Erfahrung uns glücklicher machen wird, sehen wir nicht, dass wir uns benehmen wie ein Vogel, der versucht zu flüchten und dabei ständig an das Fensterglas prallt. Er sieht nicht, dass das Fenster daneben offen steht. Geduld bedeutet Entspannung. Wenn wir eine schwer zu ertragende Erfahrung machen, und als Mensch geschieht uns dies immer mal wieder, dann ist Geduld die Güte, das Mitgefühl, die liebevolle Aufmerksamkeit, diese Schwierigkeit als Schwierigkeit zu belassen. Wir stressen uns nicht mit einem Ideal, das anders ist als unsere Erfahrung. Ein einfaches Beispiel. Wir stellen fest, dass Ungeduld da ist, aus was für einem Grund auch immer. Wir fordern nicht von uns, die Ungeduld loszuwerden, sondern sind bereit, die Ungeduld zu spüren und sie einfach so zu lassen. Geduld ist, genauso wie Ungeduld, eine Kraft. Ungeduld ist ein Leiden unserer Gesellschaft, eine Zeitkrankheit. Wir leben in einer Instant-Gesellschaft. Es gibt Instant-Suppen und sogar Instant-Frühstück. Ein Getränk in einer kleinen Flasche, die wir in drei Sekunden leeren können, damit wir hinterher Zeit haben für das wirkliche Leben. Genau das verspricht die Werbung. Wir erwarten die Instant-Befriedigung unserer Wünsche und möchten Instant-Erfolge, auch in unserer Meditationspraxis. Geduld ist offensichtlich ein Thema in Bezug auf unangenehme Erfahrungen. Aber sie ist auch die grundlegende Fähigkeit, uns auf eine Erfahrung einzulassen. Geduld ermöglicht es uns, mit diesem Augenblick zu sein. Die Ungeduld hat immer wieder andere Pläne. Sie vertraut nicht darauf, dass wir hier, jetzt, in diesem Moment innere Freiheit, Glück und Zufriedenheit erfahren können. Ich erinnere mich an eine kleine Begebenheit aus der Kindheit, in der die Ungeduld aufs Heftigste ausbrach. Vor allem kann ich mich an die Schmerzhaftigkeit des Moments erinnern. Wir mussten damals im Fach Handarbeit einen sogenannten Flicksocken stricken. Einigen Damen hier im Raum, in einem gewissen Alter, wird das wahrscheinlich ein Begriff sein. Ein Flicksocken wird gestrickt, um danach mit einer Schere ein Loch hineinzuschneiden, um das Flicken üben zu können. Ich fand das ziemlich absurd. Jedenfalls hat es mich in Rage gebracht, und es kam so weit, dass ich den Socken in eine Ecke schmiss. Es schien mir eine Zumutung, ja eine Frechheit zu sein. Ich hatte Großartigeres zu tun. Da ich dennoch dranbleiben musste, brachte ich das Objekt der Ungeduld meiner Mutter. Mit einer mir unerklärlichen Geduld widmete sie sich dieser Aufgabe, sodass ich voller Stolz mit meinen geflickten Socken in die Schule gehen konnte. Von meiner Seite war da ein gewisses Belächeln für meine Mutter, aber natürlich auch gemischt mit Bewunderung und Dankbarkeit. Geduld mit dem Hier und Jetzt In der formellen Meditationspraxis ist Geduld die Bereitschaft, uns immer wieder auf die Moment-zu-Moment-Erfahrung einzulassen, auch wenn sie uns im Vergleich zu unseren Idealen und Vorstellungen banal und unscheinbar erscheint, sei es die Erfahrung des Atems, eine andere Körperempfindung, ein Moment des Hörens, ein Gefühl, ein Gedankenstrom. Die Körperachtsamkeit erfordert immer wieder Geduld. Unser Geist ist viel schneller, er hat andere Pläne und Ideen. Das können wir in der Gehmeditation gut beobachten. Unsere Gewohnheit, immer schon ein bisschen in der nächsten Erfahrung, im nächsten Schritt sein zu wollen. Sich immer wieder in genau diesen einen Schritt, der jetzt gerade stattfindet, einzulassen, erfordert Geduld und Loslassen. Je mehr es uns gelingt, in der Gegenwart zu verweilen, desto deutlicher können wir wahrnehmen, dass es diesen Moment der Gegenwart kaum wirklich gibt, weil er schon wieder vorbei ist. Wir können nicht diesen einen Moment festhalten und uns in dieser einen Erfahrung endgültig niederlassen, aber wir können diesen Fluss von Erfahrungen wahrnehmen, uns diesem Fluss öffnen. Um die Erfahrungen in ihre Einfachheit zu belassen, so wie wir das über diesen Tag schon einige Male gehört haben, brauchen wir diese innere Haltung von Geduld, die allen Erfahrungen ihren Raum gewährt. Wenn es heißt, dass wir geduldig sein müssen, bedeutet das nicht, dass wir uns geschlagen geben oder übergehen lassen sollten. Der Zweck in der Praxis von Geduld liegt darin, stärker im Geist und im Herzen zu werden und dadurch ruhiger. In dieser Atmosphäre der Ruhe können wir weise werden. Wenn wir die Geduld verlieren, wenn unser Geist, unser Herz sich in Emotionen abquält, dann haben wir die Kraft verloren, klar zu sehen. Wenn wir jedoch geduldig sind, dann brauchen wir diese Stärke des Geistes nicht zu verlieren, sondern können sie sogar noch erhöhen. Die Ungeduld ist es also auch, die verhindert, dass wir klar sehen können. Hier noch eine kleine Geschichte, die gerade diesen Punkt deutlich illustriert. Ein spiritueller Sucher rannte in ein Haus, in dem, wie ihm gesagt wurde, eine große Heilige aus dem Osten weilte. Er trat auf die Frau zu, die auf dem Gebetsteppich saß, und bat sie um Belehrungen. Sie sagte, In einem Interview wurde der Dalai Lama auf seine scheinbare Nicht-Existenz von Wut angesprochen, seine große Geduld gegenüber der Situation des tibetischen Volkes. Sein Land sei ihm doch weggenommen und sein Volk verletzt und getötet worden. Seine Antwort darauf war, Ja, das ist wahr. All das haben sie genommen. Soll ich sie denn meinen Geist, mein Herz auch noch nehmen lassen? Eine andere Facette von Geduld ist Flexibilität. Eine Flexibilität wie die des Wassers, das um und über die Steine in einem Flussbett fließt. Es soll auf Hawaii acht bis zehn Meter hohen Bambus geben, der bei starkem Sturm seine Spitzen bis auf den Boden biegt. Nach dem Sturm richtet er sich einfach wieder auf, ohne dass er dabei gebrochen wäre. Durch diese Flexibilität überlebt er, ohne Widerstand zu leisten, die heftigsten Stürme. Geduld ist auch ein Eingeständnis, nicht alles kontrollieren zu können. Geduld ist Realitätsbezogenheit, aber auch Demut. Wenn es uns gut geht und alles so läuft, wie wir es wünschen, dann gibt es Momente, in denen wir dies einfach wertschätzen können. Doch das ist nicht immer so. Manchmal kippt die Gemütslage in eine Form von Überheblichkeit, als ob dieser Erfolg unser eigener Verdienst wäre. Als ob diese längeren Phasen des Glücks und Erfolgs nicht aus verschiedensten Ursachen und Bedingungen entstanden wären. Ein weiterer Aspekt von Geduld ist Geräumigkeit. Geduld ist das Gegenteil von Abneigung, aber auch von Verbissenheit. Geduld gewährt Raum und erlaubt uns zu sehen. Um ein wunderschönes Bild von Rainer Maria Rilke zu gebrauchen. Geduld gibt uns die Möglichkeit, einander in ganzer Gestalt und vor einem großen Himmel zu sehen. Ein anderes Bild, wie Geduld wirkt, habe ich von William Nonok gehört, einem Heiler aus den Philippinen. Wir brauchen keine Granate, um eine Mücke loszuwerden. Wir öffnen einfach das Fenster. Geduld heißt Vertrauen In Momenten der Aversion ist jedoch Enge da. Die Ungeduld ist wie eine Diebin, die unsere Fähigkeiten stiehlt, besonders unsere Klarheit. Und in Momenten von Ungeduld ist auch Vertrauen abwesend. Wir versuchen, die Blütenblätter der Knospe aufzureißen. Wir ziehen an den Karotten in der Hoffnung, dass sie schneller wachsen. In der Geduld indes liegt ein Wissen um die Gesetzmäßigkeit des Lebens. Eine Aussage, deren Quelle mir nicht mehr präsent ist, sagt Geduld ist die Gefährtin der Weisheit. Oder wie Anagarika Monindra, ein indischer Vipassana-Lehrer, das offensichtliche Aussprach, Wenn die Frucht reif ist, wird sie vom Baum fallen. Die Geduld ist die Gefährtin der Weisheit, denn sie weiß, dass alles durch Ursachen und Bedingungen entsteht und vergeht. Geduld und Vertrauen gehen zusammen. Eine andere Facette der Geduld ist der Langmut. Ein etwas altmodisches Wort, das ich sehr treffend finde. Den Mut zu haben, an etwas dran zu bleiben, einen langen Atem zu haben. Michelangelo, der berühmte Maler schrieb, Wenn die Leute wüssten, wie hart ich gearbeitet habe, um Meisterschaft zu erlangen, dann würden sie meine Werke nicht so großartig finden. In der Geduld liegt auch Nachsicht, Vergebung und Menschlichkeit. Uns unsere eigene Unzulänglichkeit zuzugestehen und damit auch den anderen die Ehre. Obwohl wir mit bester Absicht und großem Bemühen etwas tun, ist das Resultat manchmal nicht das, was wir uns erhoffen. An dieser Stelle entsteht oft Aversion, Hadern, sich Verurteilen. Daher ist es hilfreich, unser Bewusstsein vor allem auf unsere Motivation zu lenken. Sie ist immer wieder zu klären und zu läutern, statt allzu fixiert zu sein auf unser Ziel, den erhofften Erfolg. Und Nachsicht üben, wenn wir immer wieder merken, dass diese alten, leidbringenden Gewohnheiten schon wieder stärker waren. Dies erfordert einen gewissen Respekt gegenüber der Heftigkeit, Stärke und Tiefe dieser mächtigen Energien, mit denen wir beim Meditieren arbeiten. Subtile oder grobe Formen von Aversion, Verlangen, Ehrgeiz und Ähnlichem. Es gibt eine amüsante Aussage von Basho, dem japanischen Dichter, eine sehr ehrliche Feststellung. Er besuchte Kyoto, einen damals wie heute sehr berühmten Ort in Japan, wo viele Pilger die Tempel besuchen und die Gärten bestaunen. Basho schreibt darüber, In Kyoto, wenn ich den Kuckuck höre, sehne ich mich nach Kyoto. Verlangen kann, selbst wenn wir haben, was wir möchten, immer noch aktiv sein. Toleranz Noch einen letzten Aspekt im Zusammenhang mit Geduld. Toleranz, das Unangenehme, Fremde nicht gleich weghaben zu müssen. In unserer Meditationspraxis ist die Fähigkeit, innerlich alles zuzulassen, das Beschämende oder die Reaktivität, den Stolz, den Neid, den Übermut. Statt innerlich den Kampf weiterzuführen, verbeugen wir uns vor unserem inneren Kampf. Das mag heißen, mit unserer momentanen Irritation sein zu können und nicht den Anspruch zu haben, nicht irritiert sein zu dürfen. Oder mit einer für uns schwierigen Person sein zu können und nicht den Anspruch zu haben, sie nicht schwierig zu finden. Es ist die Bereitschaft und Fähigkeit, etwas ertragen zu können. Manchmal heißt das, auf Ungeduld und Irritation, die bereits da sind, nicht zu reagieren. Noch ein kleines praktisches Beispiel dazu. Es gibt ein Phänomen, das vor allem in längeren Schweigeretreats entstehen kann. Es wird manchmal als Yogi-Mind-Phänomen bezeichnet. Es betrifft die Tatsache, dass der Geist eines Meditierenden sich an Dingen aufhalten kann, die in keiner vernünftigen oder realistischen Proportion zum tatsächlichen Geschehen stehen. Jemand hat es mal umschrieben als die Vergrößerung des Unbedeutenden bis ins Stadium einer Lebenskrise. Ein Beispiel aus längeren Retreats sind die Licht- und Fensterkriege in der Meditationshalle oder in den Schlafzimmern. Je nach Temperament, Vorlieben oder Gewohnheiten finden wir es ganz wichtig, dass das Licht zum Meditieren gedimmt ist oder umgekehrt, dass es im Meditationsraum sehr hell ist oder wir finden es unabdingbar, dass es kühl ist, frische Luft im Meditationsraum hat oder umgekehrt, dass es keine Zugluft gibt und wir nicht frieren und wie auch sonst im Leben gibt es für beide Varianten gute und logische Gründe. Wenn nun kein oder wenig Gewahrsein vorhanden ist, das diese Irritation oder Ungeduld wahrnimmt, fehlt auch die Toleranz, um mit dieser Irritation einfach in Kontakt zu sein und die ganze Situation kann in einen Krieg ausarten. In unserem Fall hier ist das ein Krieg mit relativ milden Konsequenzen. Tote hat es noch keine gegeben. In der sonstigen Welt sind, wie wir alle wissen, die Konsequenzen viel dramatischer. Hier in diesen scheinbar unbedeutenden Situationen besteht die Chance, uns in Geduld in Toleranz zu üben. Wenn ich merke, dass Irritation im Geist ist und ich aufstehen möchte, um das Fenster zu schließen oder zu öffnen, dann nehme ich diesen Impuls wahr und toleriere die Tatsache, dass ich irritiert bin. Punkt fertig. Ich möchte an dieser Stelle noch etwas Wichtiges anfügen, das manchmal falsch verstanden wird. Was ich gesagt habe, bedeutet nicht, dass wir alles tolerieren sollten, was es auf der Welt an Schwierigem, Ungerechten und Grausamem gibt. Die Beispiele hier betreffen unsere innere Arbeit, unsere Herzens- und Geistesschulung. Ich bin überzeugt, dass, wenn unsere Geduld wächst, auch unser Geschick im Umgang mit schwierigen Situationen zunimmt. Geduld schafft den Raum in uns. Hier kann sich die Weisheit entfalten, die erkennt, wann, was und wie es angebracht ist, zu handeln, zu sprechen oder es zu lassen. Wie es ein Dichter sehr poetisch ausgedrückt hat, Die Geduld erfüllt uns mit einer bewundernswerten Milde. Ich möchte mit einer Geschichte von Ajahn Chah, einem Mönch in der thailändischen Waldkloster-Tradition, schließen. Er war unter anderem der Lehrer von einem meiner wichtigsten Lehrer, Ajahn Sumedho. Lass den Baum wachsen Der Buddha lehrte, dass du, sobald du deine Arbeit erst einmal getan hast, bei Dingen, die sich von allein entwickeln, die Resultate der Natur überlassen kannst. Dennoch solltest du in deinen Bemühungen nicht nachlassen. Ob die Frucht der Weisheit schnell oder langsam kommt, du kannst es nicht erzwingen. Genauso wie du das Wachstum eines Baumes, den du gepflanzt hast, nicht erzwingen kannst. Der Baum hat seine eigene Geschwindigkeit. Deine Arbeit besteht darin, ein Loch zu graben, ihn zu wässern, ihn zu düngen und vor Insekten zu beschützen. So viel ist deine Sache. Die Art und Weise, wie der Baum wächst, ist Sache des Baumes. Wenn du so praktizierst, kannst du sicher sein, dass alles gelingt und deine Pflanze wachsen wird. Du musst also den Unterschied zwischen deiner Arbeit und der Arbeit der Pflanze verstehen. Überlass der Pflanze ihr Geschäft und sei verantwortlich für dein eigenes. Wenn der Geist nicht weiß, was zu tun ist, wird er versuchen, die Pflanze dazu zu zwingen, in einem Tag zu wachsen, zu blühen und Früchte zu tragen. Diese Ansicht ist falsch und ein Hauptgrund des Leidens. Praktiziere einfach in die richtige Richtung und überlass den Rest der Natur. Dann wird deine Praxis friedvoll sein, ob es nun ein oder einhundert oder eintausend Leben dauert. und überlass den Rest der Natur. Vielen Dank.